Das hat ja auch was damit zu tun mit Seriosität von zwei Seiten. Es gibt eine Seriosität von Spielern und es gibt eine Seriosität und eine Arbeitsmoral von Menschen, die über den Fußball berichten. Und ich gehe fest davon aus, dass in diesem Kreis, bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe hier, und mit denen ich hier zusammenarbeitet habe, finde solche Dinge nicht statt. Und damit ist schon, wenn es von dieser Seite nicht stattfindet, von der journalistischen Seite und von den Leuten, die da arbeiten, dann ist es zu 99% schon vom Tisch. Und da das in Freiburg so ist und es in Freiburg eine Arbeitsethik gibt und eine Arbeitsmoral, so wie ich die Leute kenne, wird es aus den Kreisen, die mir bekannt sind, wird nie was passieren.